Sein Gegner, Tierhammer Brunner, passt da nicht auf und da knallt er. Dieses Wahnsinnsgerät. Zeigt ihr! Hier schon mal dieser Drehgegner befürchtet, dass die Leber kommt, das tut mir. Michael Smog. Michael Meiling. Brunner Davinowski. Kamera umgefahren ist und los geht's. Vorliegings. Seidirk! 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 An die Maniken! Wieder ein! Zugelernt hat mit Flammermick, beim Trainer und beim Stefer gesagt, er ist gut geworden. Hier schon mal dieser Drehgegner befürchtet bei Flammer-Gemeinschlager. Wieder dieser kurze Rippe, dass die Leber kommt, das tut mir. Und da ist er unten! Und da wird dieser Michael Smog. Und da wird dieser Michael Smog. Smog, der kommt, der kommt, der kommt. Der hat wirklich angestellt und schaut ihn an. Smog, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Und was macht er? Ja! Noch mal ein und jetzt! Und da war der Kampf vorbei, hier das... Michael Smog! Michael Smog! Ja! 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 Ja!